Ich möchte über das, was geschehen ist, in Ruhe nachdenken und mich dann entscheiden, was ich in jener Zeit tun soll, die mir noch verbleibt, bis zu dem Tag, da auch mein Licht durch den endlosen schwarzen Tunnel fortgerissen wird, in die Finsternis. Willkommen zu einer kleinen Rezension von mir und diesmal soll es um dieses Buch hier gehen, von Carrie von Stephen King. Meine Ausgabe ist hier eine Ausgabe aus der Süddeutschen Zeit- und Kriminalbibliothek. Ich habe keine Ahnung mehr, wie viel es kostete. Es hat so rund 230 Seiten, ist aber auch bestimmt in einer 10-Euro-Taschenbuch-Ausgabe von Heiner Erwerber. Carrie ist tatsächlich ein Buch, was ich vor längerer Zeit schon einmal las, da war ich noch ein Teenager. Also es kann schon, ich habe gerechnet, es ist noch nicht ganz 15 Jahre her, aber so um den Dreh, also so 12, 13 Jahre muss es her sein. Und mich hatte einfach auch ein bisschen die Stephen King Lust gepackt, mal wieder. Ganz besonders, weil nämlich, wer es vielleicht von euch kennt und ihr vielleicht auch gerne Podcast hört, dann habe ich eine sehr gute Empfehlung für euch, und zwar den Podcast mit dem Namen in der Kloppe 19. Das Leben gerufen von Simon und Dominic. Die kennt ihr vielleicht aus Rocket Beans, beziehungsweise Rocket Beans TV, beziehungsweise Simon Quetschmer, den kennt man eigentlich. Und die beiden sind auch großes Stephen King-Fans und haben auf Patreon einen Podcast gestartet, den man aber trotzdem frei verfügbar hören kann. Ich zum Beispiel auch Potter Beans und dieser Podcast widmet sich dem Stephen King-Universum. Und sie haben sich zur Aufgabe gemacht, alle Bücher zu lesen in der Reihenfolge, wie sie erschienen sind. Und natürlich fängt alles mit Carrie an. Bei mir fing damals alles allerdings bei Friedhof der Kuscheltiere an, aber Carrie war dann auch ein Buch, was ich ziemlich schnell danach las, weil es eben so ein Buch ist, was man eben von King kennt und im Allgemeinen und ich auch dann irgendwie kennen musste. Ja, wir haben hier, oder es geht hier um die junge Carrie White. Und jeder kennt natürlich die Eröffnungsszene, auch wenn sie im Buch gar nicht die Eröffnungsszene ist. Erst haben wir ein bisschen Vorgeplänke durch Zeitungsausschnitte oder Berichten und dann kommen wir aber allerdings doch gleich zu dieser Sport- und Umkleide-Dusch-Szene, in der Carrie zum ersten Mal ihre Periode bekommt und gar nicht weiß, was das ist und weil ihre Mutter sie nicht aufgeklärt hat und denkt, sie verblutet. Sie ist zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt, es kommt schon für sie sehr, sehr spät und die anderen Mädchen können sich das eben gar nicht vorstellen. Außerdem ist Carrie sowieso aufgrund, wie gesagt, ihrer Mutter, die sehr, sehr doll christlich ist, ist fast schon fanatisch, also nicht nur fast, sondern sie ist fanatisch, ist sie sehr religiös erzogen worden und kann natürlich in ihrem alltäglichen Leben damit auch nicht hinter dem Berg halten, was sie sehr, sehr unbeliebt macht. Außerdem ist sie halt auch so ein bisschen pummelig und optisch dann auch noch wiederum so und sie damit das geborene Opfer ist und die lassen sich das natürlich nicht entgehen und in dieser einen Szene wird Carrie mit Binden und Tampoks beworfen und schämt sich natürlich, bis die Lehrerin einschreitet. Und ja, das ist nur der Auftakt dieses Buches. Dann erleben wir später, wie eines dieser Mädchen, die eben auch an der Duschraumszene beteiligt war, ja, ein schlechtes Gewissen hat und ihren Freund anleitet, quasi Carrie zum Frühlingsball auszuführen und dass da alles eskaliert, das wisst ihr vielleicht schon. Denn Carrie hat telepathische und telekinetische Fähigkeiten, die immer dann zum Vorschein kommen, wenn sie besonders emotional aufgerührt ist. Das hat sie schon bewiesen, zum Beispiel in ein paar Szenen mit ihrer Mutter, wo sie eben das nicht mehr ertragen konnte, von ihrer Mutter so behandelt zu werden. Ja, mit Züchtigung, da hat sie sich eben auf diese Art und Weise, ja, ihrer Mutter erwehrt und dann auf dem Frühlingsball, ihr könnt es euch denken. Wie gesagt, Carrie ist nicht das allererste Werk von Stephen King, allerdings das erste, was tatsächlich veröffentlicht worden ist. Und alle kennen diese berühmte Geschichte, wie es in den Papierkorb gelangte und seine Frau es dann rausholte und sagte, das ist doch gar nicht so schlecht und schick es doch ein und er hat es getan und wir wissen, was daraus folgte. Und ja, das war wieder sehr, sehr interessant für mich persönlich, dieses Buch noch einmal zu lesen. Und hier, das Buch ist für einen King sehr, sehr, also für einen heutigen King sehr, sehr kurz und sehr, sehr pointiert in dieser ganzen Erzählweise. Das heißt, er baut nicht so viel drumherum, er geht sich nicht in endlosen Beschreibungen, die wir ja aus seinen größeren, dickeren, neueren Werken kennen, wenn er da mal wieder zu ausschweifig wird quasi. Aber hier ist wirklich alles auf dem Punkt genau. Und manches auch ein bisschen der Fantasie des Lesers überlassen, was gar nicht so schlecht ist, wenn King hat auch in seinen kurzen Werken eben die Fähigkeit, das zu erzählen, was er erzählen möchte und so, dass wir in unserem eigenen Kopf die Bilder hervorrufen können. Das Ganze ist eine Mischung. Im Buch wurde das so geschrieben, eigentlich war Carrie normal nur eine Erzählung und der Verlag fand es aber irgendwie zu kurz und der sollte es noch ein bisschen verlängern. Und deshalb gibt es diese Einschiebungen hier drinnen, die Zeitungsartikel beinhalten oder auch so Berichte oder Bücher, also Sachbücher über dieses Ereignis und Carrie und diese telekinetischen Fähigkeiten, zum Beispiel als der Schatten explodierte oder die eigene Überlebende des ganzen Massakers, Suze Snell, die ein eigenes Buch dazu geschrieben hat. Mein Name ist Suze Snell oder ich bin Suze Snell, irgendwie so in der Art. Und das wird immer berichthaft irgendwie zwischendurch erzählt, sodass wir eigentlich schon gleich am Anfang wissen, was am Ende passiert. Also dieser ganze Frühlingsball und die Eskalation etc., was mit Carrie ist und was sie mit ihren Mitschülern tut. Das wissen wir eigentlich alle schon ziemlich am Ende, am Anfang. Aber trotzdem können wir mit Carrie mitfühlen, wie sie eben gemobbt wird, wie die anderen sie mobben, wie dann ihr irgendwann dieser Faden reißt und wir freuen uns dann für sie, wenn sie diese Zeitweise ein bisschen glücklich ist. Und ja, damit schafft er einen wirklich hervorragenden Charakter. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, wieder zurückzukommen zu seinen Anfängen. Auch zu meinen Anfängen ist das ja auch ein bisschen, jedenfalls was den Autos Stephen King betrifft. Und ja, wenn ihr Lust habt, verfolgt doch auch gerne diesen Podcast, der mir sehr am Herzen liegt, der wirklich sehr, ja, man merkt auch die Liebe, die die beiden darin reinstecken und dieses Herzblut, was ja die beiden auch an den Kingen hängen. Und so macht es sehr, sehr viel Freude, den beiden irgendwie beim Schnacken zuzuhören. Und ich werde auch weiter, glaube ich, das verfolgen. Und auch wenn sie Bücher lesen, dann werde ich das auch wieder rereaden. Ich habe dieses Buch nämlich für diesen Podcast rereadet, quasi, damit ich auch weiß, wenn sie jetzt ins Detail gehen, was da los ist. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Und an dieser Stelle, dieser alte Stephen King Klassiker, eine absolute Empfehlung von mir. Ja, das war es schon mal mit meinem Video. Wie gesagt, Carrie ist auch ein sehr, sehr dünnes Bändchen. Habt ihr denn Carrie auch schon gelesen? Oder was ist eure Stephen King Erfahrung? Was war euer erstes Stephen King Buch jemals? Und hat es euch süchtig gemacht? Oder sagt ihr, nee, der Autor ist absolut nichts für mich? Dann lasst es mich doch gerne wissen. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye. Bye, bye.